Musik Wir sind hier in einem der Magazine der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. In diesen Räumen werden alle CDs, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften aufbewahrt, die wir so haben. Dieses Magazin befindet sich im jüngsten Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig, der erst 2010 eröffnet wurde. Dabei wurden 13.000 Quadratmeter neue Magazinfläche geschaffen, die ganz besonders modern ausgestattet sind. Zum Beispiel gibt es hier diese platzsparenden Kompaktregalanlagen, die elektrisch betrieben sind und die also auf einen Knopfdruck dann den Weg zu den jeweiligen Medien freigeben. Insgesamt sind in der Deutschen Nationalbibliothek an beiden Standorten in Frankfurt am Main und in Leipzig ca. 32 Millionen physische Medien aufbewahrt. Wenn man alle diese Schallplatten, Bücher und Zeitschriften in eine Reihe hintereinander stellen würde, dann würde man eine Strecke von ca. 390 Kilometern erreichen. Der Sammelauftrag der Deutschen Nationalbibliothek besagt, dass alle diese Dinge für immer aufbewahrt werden sollen und deswegen braucht man natürlich besonders gute Bedingungen. Hier in diesen Magazinen herrschen die vor. Hier hat man das ganze Jahr über eine Temperatur von 18 Grad Celsius und je nach Medienart, die gelagert wird, eine durchgängige relative Luftfeuchtigkeit von 30 bis 50 Prozent. Regale hier im Magazin sind noch nicht alle voll, denn wir brauchen ja auch noch eine ganze Menge Platz für die vielen Medien, die hier noch untergebracht werden sollen. Jeden Tag kommen bei uns ungefähr 3.900 physische Medien an, die alle ihren eigenen Platz finden sollen. Pro Jahr kommen auf diese Art und Weise so ungefähr 7 Kilometer neuer Magazinzugang rein. Deshalb müssen wir auch ständig anbauen. Obwohl dieser Magazinbau hier erst 10 Jahre alt ist, planen wir jetzt schon den nächsten Magazinanbau hier in Leipzig.